Als TV-Streaming-Dienst werden Anbieter bezeichnet, die den Empfang öffentlich-rechtlicher und privater TV-Sender auf diversen Endgeräten, wie zum Beispiel einem PC, Laptop, Smart TV, Smartphone und Tablet ermöglichen. Die Übertragung des Signals erfolgt ausschließlich über das Internet. Das ist auch schon die einzige Voraussetzung. Wer Fernsehen über Internet streamen will, braucht also einen schnellen Internetanschluss mit mindestens 16 Mbitz Bandbreite. Im Gegenzug kannst du deine SAT-Anlage abbauen oder den Kabelanschluss für den Fernsehempfang kündigen. TV-Streaming-Dienste haben viele Vorteile. Dazu gehört definitiv die Aufnahmefunktion, bei der Sendungen in der Cloud gespeichert werden und unabhängig vom Endgerät wiedergegeben werden können. Mit dem sogenannten Timeshift kannst du Sendungen jederzeit pausieren und an der gleichen Stelle wiedergeben. Oder du startest die Sendung von Beginn an neu. Außerdem bist du unabhängig vom Kabelanschluss und kannst den Dienst mit deiner Familie teilen. Bei der Anzahl der Streaming-Dienste kann man den Überblick verlieren. Auf der Folie habe ich euch einige aufgeführt. Marktführer in Europa ist Zato. Bei vielen Kunden beliebt ist der Streaming-Dienst der Freenet-Gruppe, mit dem Namen WipoTV. Auch Vodafone und die Telekom haben jeweils einen eigenen TV-Streaming-Dienst. Join nennt sich die TV-Plattform von ProSiebenSat.1 und Discovery. Auf der Plattform kannst du Fernsehen, ohne dass du dich dafür registrieren musst. RTL bietet mit RTL Plus ein ähnliches Angebot. Wenn es um die Anzahl der Fernsehsender geht, ist WipoTV führend. Mehr als 180 TV-Sender, darunter viele Premium-Sender wie Animal Planet oder Crime and Investigation, bekommst du bei dem Anbieter zu sehen. Danach folgt Zato, der mit 140 Programmen ebenfalls ein umfangreiches TV-Angebot bietet. GigaTV von Vodafone bietet auf den ersten Blick ebenfalls viele Sender, dabei werden die Programme sowohl in Standardqualität, als auch in HD-Auflösung angeboten, was zu einer Doppelung führt. Achtung, bei Join bekommst du ebenfalls viele Sender, allerdings keine Sender der RTL Mediengruppe. Auch SkyTicket bietet dir Fernsehsender an. Interessant sind dabei die Sportsender für die Fußball-Bundesliga oder Formel 1-Übertragung. Mit SkyAtlantic kannst du Serien parallel zur Erstausstrahlung in den USA streamen. Zato bietet insgesamt drei verschiedene Pakete an. Eine kostenlose Variante, mit wenigen privaten Sendern, aber allen Programmen von ARD und ZDF. Wer mehr Programme braucht, greift zum Ultimate-Paket oder Premium-Paket. Im Ultimate-Paket empfängst du über 40 Sender in Full-HD-Qualität. Du kannst das Abo teilen, vier Streams stehen dir gleichzeitig zur Verfügung. Außerdem bekommst du einen Aufnahmespeicher für 100 Sendungen. Ein weiteres Feature bei Satu ermöglicht dir das Spulen innerhalb einer Sendung. Außerdem hat der Anbieter eine Funktion veröffentlicht, mit der du personalisierte TV-Empfehlungen erhältst. Neu ist auch, dass du unterbrochene Sendungen auf einem anderen oder dem gleichen Endgerät jederzeit weiterschauen kannst. Die Sendung wird dazu im Hintergrund aufgezeichnet. Satu wirbt damit, als einziger TV-Streaming-Anbieter die beste Bildqualität anzubieten. Auch bei Waipu TV hast du mehrere Pakete zur Auswahl. Neben einem kostenlosen Paket, was man nicht frei buchen kann, sondern erst dann erhält, wenn das Abo zuvor ausgelaufen ist, gibt es die Pakete Comfort und Perfect Plus. Letzteres Paket ist vor allem deswegen beliebt, weil es ein paar Dutzend Premium-Sender beinhaltet, für die man anderswo separat zahlen muss. Im Waipu TV Komfort-Paket lässt sich 50 Stunden TV-Material aufnehmen, im teureren Perfect-Paket sind es 100 Stunden. Was du noch wissen musst, Waipu TV ist auf die Nutzung im Heimnetzwerk ausgerichtet. Die Mobiloption, bei der du Waipu im Mobilfunknetz nutzen kannst, kostet extra. Die Unterschiede zwischen Waipu TV und Satu liegen in den Details. Das Senderangebot von Waipu TV ist umfangreicher und vielfältiger. In den letzten Monaten hat Waipu TV monatlich am Senderportfolio geschraubt und immer neue Bezahlsender hinzugefügt, welches im Basispreis des Perfect Plus-Paketes enthalten ist. Satu bietet dir weniger Programme an, dafür aber alle Regionalversionen der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, private Regionalsender und sogar einige ausländische Sender. Gerade das Angebot an internationalen Sendern und Lokalsendern ist bei Satu größer. Zum Thema Aufnahmespeicher, hier unterscheiden sich Waipu TV und Satu etwas voneinander. Während bei Satu in der Anzahl der Aufnahmen abgerechnet wird, setzt Waipu TV auf einen Speicher in Stunden. Außerdem bietet Satu einen besseren Ton und ein besseres Bild an. Und hier noch einmal der Vergleich mit Join, hier bekommst du bereits in der kostenlosen Variante über 60 TV-Sender, darunter alle Programme von ARD und ZDF in HD-Qualität sowie viele private Sender in Standardauflösung. Zu den Programmen gehören ProSieben, SAT1, Kabel 1, TLC und Eurosport. Im Vergleich zu Waipu TV und Satu musst du aber auf Funktionen wie Pausieren einer Sendung oder das Aufnehmen verzichten. Außerdem fehlen bei Join die RTL-Sender, die bei Satu und Waipu TV natürlich mit dabei sind. Egal für welchen Anbieter du dich entscheidest, sowohl Satu als auch Waipu TV, Join Plus und RTL Plus bieten dir einen kostenlosen Probemonat an. Während dieser Zeit kannst du die Dienste ausgiebig testen. Nutze das Angebot und sammle deine eigenen Erfahrungen, bevor du eine endgültige Entscheidung triffst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017